Der Trainer ist auch der Boss und wie gesagt, als Spieler hast du immer mal klar, was emotional ist. Lewy wollte gerne wahrscheinlich noch ein Tor schießen oder zwei, aber trotzdem, klar kann man das auch anders handhaben. Aber ganz klar, dass der Trainer da in der Verantwortung ist und absolut der Boss ist.